Hallihallo, hier sind wir wieder. Ich mach mal kurz ein Thumb-Mail. Zack. Werner runtergefallen. So. Und ich überprüfe mal ganz kurz. Goldmässig bringt es uns jetzt grad nix. Oh lol, und hier ist auch der letzte Gegner. Der. Der muss mir jetzt meinen Bogen droppen. Der Schlangenkönig. Ich kann alles tun. Der Schafkönig. Kann gar nichts tun. Gerade. Kackviech, Alter. Jetzt ist unser Tank doch endlich mal aufgewacht hier. Ich kann nicht unterbrechen. Das muss Tank oder Charme machen. Ich kann nicht mehr tragen. Kein Bogen. Was droppt der? 16 Platz. Dann guck mal mal. Kle... Wie... Classic... Köch... Ära. 55... Löffel 55 Köchern aus Harpien, Harvard. Fortschritt. So. Köcher, da haben wir es ja schon. Leichte Köcher, keine Köcher, leichter Lederköcher, mittlere Köcher, Jagdköcher, Allianzköcher, Köcher der Nachtwache, Allianzköcher. Schwerer Köcher, 14 Platz von Benjamin Finner, Maravilla oder Talgustron, Festhändler. Schnellziehköcher, hergestellt durch Lederverarbeitung. Das ist ein Wurzel, die hebt mich gar nicht. Ähm, Ribitzköcher, Blackrock Team. Köcher aus Harpienhaut, Alt-Daractal, Rüstmeister. Ja. Und uraltes, in Sien eingewickeltes Laminablatt. Ist halt der beste Köcher. Für die epische Questreihe. Wobei, der einfach nur zwei Platz mehr hat, aber das Distanztempo tatsächlich nicht erhöht. Wenn ich jetzt mal kurz hier Instanzen, Raid. Molten Core. Ähm. Maiodomus. Hier 15%, 18 Platz. Traktion. Roon. T4P. Öhm. D1. so 200 pfeil auf jeden fall noch volles inventar dann jetzt gucke ich mal pvp alter weg weg voll köchers habt ihr haut 10 prozent okay in phase vor das mit den legs rät mich gerade gewaltiger ex alter schub 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 24 So... Was ist das? Schack. Zack. Zack. Der will kein drittes Mal mehr rein. Ich will kein zweites Mal mehr rein. Alter. Super. Schwabble, die boobble. Schwabble, die toobble, die toobble, die toobble. jetzt mal kurz gucken jetzt wieder 600 pfeile irgendwas stimmt da nicht jetzt gerade dieses decks ja gezaubert bitte bewegt euch kommt leute oh nö was lädt hier gerade runter wo bin ich drin was irgendwelche sachen schließen beim weg das manager mal ganz kurz der zwerg da habe ich noch will of warcraft drinnen das beenden noch keiner es liegt immer noch auf Fresh abgeräumt. Wie auch immer, dass da in den Köcher reingekommen ist. Sehr, sehr, sehr sonderbar. Das ist wirklich alles sehr, sehr, sehr sonderbar. Schwupps. Und die fährt bald, wäre nicht schlecht, wenn ich noch gekommen würde. Danke. Vielleicht muss ich jetzt hier was wegwerfen. Äh, aber nicht fürs Leder, sondern für den Bossgegenstand. Zack. Die Musik hier ist auch aus Warcraft 3, glaube ich. Eieieiei. So, nur noch Endpost. Wird das Wasser noch weggeworfen. Dann haben wir zwei Plätze frei. Und so. Keine Donnerechsen, guckt sie euch an. Nachher ein Ex-Alptraum. So. Ah, easy. Äh, ich bin ich wach. Hier. Hier. Junge, 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 Junge. Fortwein und Schlangenflaumen noch. Auf zum Wein. Und jetzt ist mein Pit weg. Und jetzt folge, jawoll. So. Schwupps, 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 schwupps. Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm, oh oh, oh, Ladebildschirm. Bubbeldi-Bubbeldi-Bubbel. So. Ich hab mich jetzt hier erstmal für den Schlangenfraum ein bisschen Ausschau halten. Boah, lol. So. Wir müssen jetzt eh dann gleich in die Hauptstadt, fällt mir gerade so ein. Also Thunder Bluff oder Urgrimme ist eigentlich egal. Thunder Bluff muss man eher. Deswegen. Deswegen. Dann mach ich mir hier nen Platz frei und die alle häuten. Irgendwas werfe ich dann schon noch weg für den Port Wein. So. 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 Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die nehme ich mit den Schlangenflaumen, weil ich auch nur noch drei Stück. So. 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 Nehm ich wieder. Ja da brauchst du nicht stehen bleiben. Da steh ich grad. So. 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 Okay. So. Also ich muss jetzt fertig sein mit allen Quests, oder? Ja. Sehr schön. Ich überziehe mal kurz ein bisschen. Ah, ich gehe nochmal rein. Okay. Sehr gut, dann kämpfen wir uns jetzt mal nach draußen, hüpfen dann noch nach oben. Oh. Für den schönen Mann. Ah. Immer schon freundlich sein. Das funktioniert doch so nicht. Das funktioniert doch so nicht. Luigi, Luigi. Ja, so funktioniert das auch nicht, wenn ich da runterjump. Jumpen? Ne, doch, ist schon richtig so. Hier. Zack. Der ist da unten. So. Diese Höhle ist auch wirklich so dumm. Ah. Der Weg ist tatsächlich leichter. Ich bin geehrt. Okay, wir verkaufen. Das, 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 das. Das behalten wir alles. Mögen euch die Sterne bleiben. Das führt euch hierher. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Mögen. So. Seid gegrüßt. Bis bald. Runter. 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 Wieder. Runter. 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 So, ich höre jetzt auf, Leute. Die Folge ist vorbei. Ich überprüfe mal, ob alle Folgen und Aufnahmen und das, was ich gemacht habe, so passt. Das war jetzt ganz schön lang. Leute, bis dann. Tschüss.